Hi Leute, ich höre gerade den neuesten Blog-Eintrag und zwar heißt der Internetpartei für 3,5 MRD, also Milliarden, abgekürzt, Punkt, Menschen international. Also Internetpartei für 3,5 MRD Menschen international. Da sind alle wichtigen Links auf der Seite. Eine Anschauungsgrafik, das zur Republik die Netzwerkordnung gibt. Macht kurz Pause, Moment. Verlinkt ist weiter unten ein Video, das zieht ihr euch auch bitte rein. Ein Video und die 10 MP3. So und dann seid ihr am Start. Ich habe gesehen durch die, wie gesagt, durch die Yahweh-Augen, so wie ja zeitgenössisch gesagt wird, als Körperli von Indianern auch gechantet, wenn endlich mal Ruhe war zwischen Indianern und Appalachen, wenn mal wieder was war, wurden wir als Geist Lucifers dann der Held, der sich bemüht auf Engelbatsch, auf Laternerbatsch für die Engelhäuen, eben den Seedgeist heute bezeichnend. Seedgeist wurde bekämpft, Antiluzifarianer waren das Problem für mich. So ganz persönlich. Insgesamt aber sind die Leute aus der Bank aufgestanden, weil zur Republik keine Alternative in Seehung war. Dann steppen da oben 300 bis 500 Mann auf. 300 bis 500 Mann. Meine Mutter, mein Großvater, mein Großvater, der andere, meine eigene Sorte. 50 Mal war ich persönlich mit Trachthut und Wanderstab am Markt und habe gesagt, doch, es gibt die Netordnung, es gibt das Netzwerk, es gibt die Familie zur Republik dazu, zum Alternativgedanken hegen dürfen können, wollen werden. Und das war der Ermittlungsstand des gotthergebenden Menschenrechte-Körpers, ein Ich wieder, und der hat auch Gottes Selbergefühl hergeleitet. Die Engel haben noch gesagt, das nicht. Die Menschen konnten nicht damit umgehen, es kam zu hinher, möchte ich nicht mehr auftun. Und wir wurden teilweise die Bestien. Also teilweise habe ich die Menschen so in der Seehung gehabt. Das Heil war das Nest, die Maid, der Kamerad und die Gemeinde. Und letzten Endes, wenn es gar nicht anders geht, ein Gericht. Mehr sage ich nicht dazu. Ich höre mir jetzt die Tonspur an, am Ende der Seite eingebaut, plus die 10 MP3 und dann versteht man schon ungefähr das Netzwerk. Die Netzordnung, kann man noch sagen. In dem Sinne, ich mache mal Stopp und schiebe das hoch für die YouTubians. Ich liebe meine Follower und meine zugewandten Grauen.